guten abend meine damen und herz willkommen zu landfug tv der landfug cesaro ist da da hier heute bei raw und zurück von australien meine damen und herren in australien hatten wir eine super zeit und hier sehen sie ich war im zoo und habe eine giraffe gesehen ja hammer und da waren wir natürlich nicht nur eine giraffe angucken nein ich habe auch hier ein foto mit seelöwen gemacht natürlich meine damen und herren seht ihr das ist hier bei landfugland so da zeige ich euch persönlich sachen und natürlich mein wunderschönes trikot meine damen und herren cesaro trikot vom australischen football meine damen und herren wir haben das reichen fußball gespielt oder sind zumindest einen verein gegangen was genau ungefähr so hier kommt ihr meine damen herren oder so so ja meine damen und herren aber ich muss mal rechnen wenn man ein football fängt die usos sind ja total verrückt in diesem sinne meine damen und herren ja ok jetzt ist sicher die psychik der witz der woche wie heißt ein billiges krokodil ja natürlich ein aldigator in dem sinne meine damen und herren der landfugt hat gesprochen ja 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 ja